Im Stenkelfelder Tonstudio des Schlagerkomponisten Ralf Sögel wird immer noch an den Gesangsteilen für den neuen Sommerhit gefeilt. So viel ist inzwischen durchgesickert. Der Text steht. Zumindest der Refrain liegt inzwischen vor. Da heißt es, verliebte Fischer ziehen mit den Booten die Berge hinauf. Grüß mir die Gämsen, den Adler, den Rotbarsch, berchmann Glück auf. Ja, das war ein Welthit damals. Naja, wenn man mal davon absieht, dass im Ausland zum Beispiel keine einzige Platte verkauft worden ist. Ja nun, da habe ich doch jetzt diesen Frauenchor für. Die transponieren das auf Englisch, wie wir Musiker sagen, und dann läuft die Sache. Ah ja, gemeint sind die Husummerinnen von gestern, die heute den Dolmetschergesang übernehmen. Guten Morgen, die Damen. Ja, äh, morgen. Dann lassen Sie doch mal hören, wie Sie sich das vorgestellt haben, Herr Sögel. So Mädels, Brust raus und ab geht's. Verliebte Fischer ziehen mit den Booten die Berge hinauf. The mountains hinauf. Grüß mir die Gämsen, den Adler, den Rotbarsch, berchmann Glück auf. Bergmann Glück auf. Äh, wie bitte? Bergmann Glück auf. Aha, der NDR 2 Sommerhit mit internationalem Flair und damit zurück ins Funkhaus.